Im neuen Jahr geht es natürlich weiter mit Mogi Action auf diesem Kanal und ich habe heute wieder eine coole 200 CC Launch für euch aufbereitet, sodass ihr sie ohne Ladezeiten gucken müsst und drücke zu skippen. Ihr könnt alle rennen, hintereinander weg gucken. Ich hoffe es gefällt euch. Für unser Mate war heute nicht so ganz so gut, aber ich glaube meine Performance ist ganz okay und ihr könnt ein bisschen was lernen von den Strats, die ich angewandt habe. Genau, das Ganze haben wir gestreamt auf Twitch noch im letzten Jahr und gerne dann ein Follow da lassen, damit ihr sowas auch live verfolgen könnt und hier ein Abonnement und einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefällt, dann verpasst ihr nichts mehr und zeigt mir, ihr wollt mehr davon. Vielen, vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Oh, irgendjemand hat's komplett zerfetzt durch Leck. Vielen Dank. abin warum ärgerlich da ist es okay ich will nicht hätten ich mich im ernst fall noch selber okay dritten nehme ich made omelette ab in oh mein gott digga er ging time war ging okay man sich auch verpissen ob münzen die paar bekommen sorry mate ist nämlich noch vor dem ersten set aus kann sein Shit man, ja gut, wow. Hm. Wird was? vierten nehme ich hätte besser sein können wenn ich den bild besser gejustet hätte ich weiß immer nicht wo ich den hier nutzen soll auf der web müsste man vielleicht mal schauen wo man hier am besten bill used wenn du kannst kannst du mal die ko challenge nachricht loslösen im chat ja sowas dafür beschwungen Schock kann doch nicht im Play sein, ich halte mir den Star ein bisschen, 8 zu chain ist eh doom. Oh mein Gott, digaam. Was? Oh mein Gott, ich zentiere es, Mann, digaam. Er spawnt aus dem Nichts und bampt mich runter, ja toll. Mann! Ja, wow. Ja, wow. Schade, war teilweise my bad. Das runterfallen war mein Killer. Jetzt ne runde Mumu. Vom zehnten aus. Na, ok. Ok. Ja. 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 Ne. Ja. 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 bad. Bro! Was? Das war nicht mal XNTS? Okay, Bro. Alles klar, ich verstehe. Es war nicht mal XNTS. Okay. Wer auch immer mich da gehittet hat. I don't know. Es war nicht der zweite Platz. Wow. Bitte, Bro. Kannst du bitte einfach mal fahren, Digga. Wow. 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 Okay. Bin ich da einfach reingefahren? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mir im Nachhinein anschauen. Also einer bin ich ausgewichen. Das weiß ich. Entweder ist da eine Banane wirklich komplett auf mir gelandet. Vielleicht, wow, keine Ahnung. Ich zweifle an mir selbst. Team ist big. Der hat keine Action. Das wird wahrscheinlich eine Nana liegen. Nee, macht er nicht. Da. Dankeschön. Och Mann, ich war so kurz vorm Cut. Ja gut, perfekt. Die geben wir. Wird scharf geschossen von XNTS, von der 1. Muss ich aufpassen. Kann auch sein, dass ja gleich einfach Bomben in meinem Gesicht liegt. Rissbaum in die Fresse, Mäus. Digga. XNTS, bitte, Mann. Lass es doch einfach mal. Ja. Oh, okay, Digga. Ich hab's verstanden, dass ich nicht vorne fahren soll. Alter. Wow. Und damit bin ich auf dem Elfen. Na gut. Wir können noch was aufholen. Keine Sorge. Die haben noch nicht das letzte Mal von mir gesehen. Okay, fünfter Pass. Junge. Oh, mein Maid auf 16 Punkten. Demi brauche ich Star Triple Shrooms. Nice. Bitte. Ich hasse diesen Bump da, ne. Es ist so schlecht. So schlecht programmiert. Bitte bleib vor mir. Ja, okay. Oder geh rein. Geht anscheinend? Nö. Wirklich nicht. Okay, zweiter. Nice. Nice, nice. 2, 11. Naja. Naja, können wir ein bisschen üben. Ein bisschen Bagging üben. Also mein Maid wird, ja, würde mich wahrscheinlich auf dem letzten oder vorletzten bringen. Mit seiner Performance. Das ist ja echt ganz wild, was der hier abliefert. Nice. Ich bin schon Star Perfect. Da haben wir es da auch schon. Brauche ich jetzt nur Coins. Okay, Star sehe ich von mir. Brauche ich trotzdem Coins. Schade, nicht das Double bekommen. Oh, B is big. Nice, Star. Nice, Star. Oh, maybe. Nice. Nice, Sue. Nice, Sue. Yoshi Circuit. Soll ich einfach mal runnen? Ich sehe mich eigentlich mal bei einem Run. Wenn ein Early Shock kommt, switche ich auf Bagging. Ich werde Instant rausgewählt. Na gut, dann bagge ich. Okay. Nice. Start with Shoes. Two points. Nice. Nice. Bisschen Early, ne? Okay. Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Obst, da ist gut. Oh mein Gott. Xentias hat so gewonnen. Heilige Scheiße. Okay, wer ist das? Der könnte auch gewonnen haben. Hm. Nannas vor mir. Die eine Nana hittet mich, ne? Die eine Nana wieder. Vierten nehm ich. Wer hat gewonnen? Xentias oder dieser W-Typ? Der W-Typ? Interessant. Der kann mit einem B an. Alright. We Beggin. Der W-Typ ist perfekt. Der W-Typ ist wirklich genug. Der W-Typ ist einfachbar. Der W-Typ ist richtig genug. Schade, ich wollte es da wieder haben. Nein, Lea nimmt genau die Box. Oh ne, oh das ist zu gut, es ist zu gut, es ist zu gut, ok, über 100 Punkte und das ist ein gutes Mogi. Wenn er strahlt, weiß ich ihn. Hallo! Oh bitte, nein, ich kam nicht weg, Mann! Ok, nevermind, durch den Schock ist es wieder, ok, der Ground Shroom by Big will ich mich plätten, bitte groß werden, hallo, hallo, ok. Ok, noch einer. Bubble Baby? Ah, er hat ne Grund, dass ich. Single Red, wow. Ok, Sechster, passt! Uiuiuiui! Nice, nice! ach war es kein schwung ich meine nana digga aber weiter ich hab gewählt wow gut okay da ist sehr strong Ich glaube, ich... Oh, was? Ich hätte chained müssen. Okay, ich hätte nicht erwartet, dass so früher Schock kommt. Deswegen habe ich nicht gechained. Du beschwimmst, nice. Ein Star wäre sehr big. Als nächstes. Oh mein Gott, Digga. Er steht da mit dem Trail, ne? Die Distance ist echt wenig, ne? Ich halte mal die Triple Stribles in dem Cut. Nice. Quäthin, komm! Dritter. Puh! Wie ich mich da von hinten noch nach vorne... Das war geil. Okay, nehme ich. 106 geholt. Die sind besser als W. Nice one. Wie schocken. Bis zum nächsten Mal.